Musik 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 Gegner, Gegner, Gegner Motorrad Musik Wow Einer low Boot Was ist hier? Lol Ich hab da andere Hä? Ich hab da andere Ich hab da andere Also ich hab nur einen hier Ja, ich hab auch einen Oh, noch einen, den hab ich dir jetzt weggenommen Nein, ich hab ja schon einen hab ich grad gesehen Hab ich gar nicht gemerkt Das ist auch gut Was hat's noch einen M4 dort? Ja, warte, ich geb dir was Ich hab jetzt grad einen genommen, ich weiß nicht, ob noch anders wo eine ist So, die haben brauchst du noch mal nie? Ja, ich würd da noch nehmen Hier sind wir Boah, das denkst du in Mk und M249 Könnt ihr nehmen Okay, das ist mir jetzt fast, dass wir jetzt wieder irgendwelche ankommen Äh, komm schnell, komm schnell Hier, 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 ich meinte im Haus, damit jetzt nicht schon wieder... Geil, jetzt hab ich einfach genauso viel wie vorher, als du mir welche gegeben hast Ja, dann nimm die doch wieder Nein, 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 das passt voll Achso, ja, ich hab 140 zum Nachladen Und das gibt's nicht halt um Fulgur, oder? Ja Okay, jetzt hab ich auch mal 4, hey Wann dann, du, 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 du Jetzt hab ich, ich hab 100 jetzt, für 2 Hab ich auch alle 1, 2 Nee, das ist schlecht, nee, komm her Das äh, das geht auf jeden Fall nicht Geht auf 100, das sind einfach noch Gegner Aber ich hab ja gar nicht, ach, scheinen Was, ich hab ver... Ich hab ja schon gebraucht, egal Egal Okay, wollen wir weiter? Ja Ja, lass den droppt Ich hab nen Tank mitgenommen Oha Clever, aber Äh Oh, der Auto, Auto, Auto Ich hab nen Verbindungs-Bug Ich hab Verbindungs-Bug Oha 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 Perfekt Ich bin hier safe Oha Tyro und die Verordnungen ein Verstehen geblieben ja ich habe eine Sache ich hatte gerade 300 MS das tut weh durch was bis jetzt gestorben Scherer ja und sie hat nichts zu tun ist so ja ich bin nicht selbst lang ich habe mich einfach auf die Rampel der Stimme geblieben und die Zeit immer zu tun und er hat er gut die Teilnahme Auto belastet sich gut gehen und als Interesse 1 hin? Das fährt aber durch 200, schade. Das sind mindestens 3 Leute drin. Ne, die fahren... fahren weiter. Da musst du mal andocken. Die, ne, ne, ne. Noch ein Auto. Da kommt ein 2, das... Der ist Solo, der ist Solo, der eine, zwei... Boah, wieso... Wieso schießen die da schon? Gut. Schön. Die sind schon geschossen. Erstens, sie sind zweitens. Ja, aber die geht doch mal ab. Der war alleine. Die ist auch geschossen. Ja, da warte ich schon nicht, bis er weg ist. Der war hardcore gelagged. Habst du getroffen? Ja, der ist gelagged. Dann dachte ich so, ey, der bleibt doch stehen. Nice. Ja, ich habe auch nicht gewundert, wie ich den getroffen habe. Aber irgendwie musste es richtig... Ja, lass, lass weitergehen, oder? Also, geht noch nicht. Ui, 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 ui! Oh, ne, die haben Bock. Ja, aber richtig. Pass auf, Granaten auf. Das ist eklig. Die haben Bock. Ich sag's dir, wenn die da unten schon am Fluss so schimmeln. Aber wo? Aber da, auf 20? Ja, direkt an der Kante wahrscheinlich, oder? Ja, sind überall verteilt. Setz dich. Wollt, wie viele? Wollt ihr hinfahren? Keine Ahnung. Ich habe nur einen genommen. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Das sind bestimmt mehrere. Ich leg mal einen unter. Wo hast du den gesehen? 20. Da wo jetzt ungefähr das Ei explodiert. Ne, absolut weiter hinten. Aber egal. Aber die Richtung auf jeden Fall. Die Linie. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Ne, der war ja nur noch. Ja, aber ich meine, also... Die anderen müssen ja würden doch jetzt schießen und ein bisschen peaken. Hinten, der sieht man, aber wenn's kommt ich an. Ne, doch nicht, sorry, Entschuldigung. Voll schon. Du hast sobald wir, aber wir haben kein Auto hier oder? Doch unten. Doch unten steht uns hier, direkt. Wollen wir sobald wir sehen? Sobald wir ein wieder noch und würd ich ins Auto und der Reiner. okay ich glaube sind drei sie haben sich jetzt gut was ich was was war die letzte waffe die geschossen hat ist gar nicht gar nicht gar nicht gar nicht mehr wissen die weg gewesen nehmen das ist zu riskant die sparen dich direkt bei uns nicht machen er dann kann aber nach hinten weg laufen wir haben ja schutz der fährt über die brücke 300 200 westen richtung wessen kommt er zu uns keine ahnung ich habe nicht der fährt arbeiter wie konnte er mich jetzt gerade wieder treffen der eine schon auf dem nordosten die laufen hier ein stück nach hinten felix wir können das denn den jeep von dem nehmen der hier vorbeigefahren ist rennst du was rennst du hin die werden uns so ins in wixen ja der hat aber nicht mehr viel sprit aber das reicht für die zone ja fahr mal hin markier mal was aber weit kommen wir eh nicht mehr fahr zu müssen hier jetzt ja ne ne fahr weiter straße straße auto suchen wir kommen nicht mehr weit das hat nicht gesehen hoffentlich ist hier keiner im haus ja dankeschirer dankeschirer was würden wir nur nicht machen jetzt lass sie auf den hügel gehen wo ist der hügel oben drauf ja kommbar wir müssen sie halt anhalten oder wir gucken halt schnell da in der halle wegen danko manko FIGNER das war aus genug ich habe jeden schluss verfehlt FIGER das war ich in den hügel zu klären russerl ja nicht dabei mitbanken dass es hier noch nicht verdient sind garantiert alle zufrieden aller sie können immer auch vom Haus vom Haus ist es äh g fährt auf 110 für uns oder ja der kommt der kommt der kommt der kommt alle tollen die die wäsche schon ich war acht ich wurde auf dem haus getroffen zum haus aber wo ist er da ich sehe den nicht auf den Balkon ja hab's gesehen der liegt jetzt an der Kante na gut er wird auch noch einmal peken können ein hit wo ist er jetzt hier war der Racer am Container oder so ne 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 am Baum am dicken ja wir sind gerade vor vielleicht hat er einen Tank dabei gehabt ich bin hier zu ohne der läuft wieder der läuft vor oh scheiße hat er genau in dem Moment sich noch ein hit das schon schön 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 nice hier geht auf dem Hügel oben im Auto sehe ich es nicht richtig neben dem Hügel neben dem Hügel äh ich sehe gar nix nur ein 6er Skull ah ne gut ne 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 da ist nix das sieht doch noch so aus vier Gegner noch also Minimum ein Team könnte ein Squad sein glaub er dass das einzelne sind also hier hier äh ich kann nicht markieren hier die fahren jeep ah ok fahren den Hügel runter jaja die fahren zu uns ok ok oh das ist ein Granite in die Hand wo kommen die ja das wäre jetzt echt gut zu wissen wo die kommen ja ok die Hügel fahren die nicht ganz runter ja wir könnten schon mal oh fuck jetzt können wir noch ein Ebel jetzt können wir die ABM nicht benutzen ja jetzt können wir die ABM nicht benutzen wie geht es sonst die anderen looten die hatten eine Großer und so Zeug wir haben noch eine M2 glaub bist du riskant hier genau vor mir am Baum äh am Stein wo wo ich kann den glaub naden weil ich mich grad grad noch nicht an dem Stein hier ne ne weiter vorne glaub ich wo ist denn weiter vorne ich glaub hier ich glaub hier ich glaub hier ich glaub hier ah ja genau war denn seine Mission ja aber dann sind das andere Stein links links Felix nein nein hinter dir da links an dem Stein mhm ja da ah ja ich hab's gesehen jo der fällt easy boah wie hast du den gesehen der wollte der wollte mich da noch nebel ja ich hab wirklich Adleraugen was das angeht was uah Glück gehabt aber du hast auch Nebel oder so ja ja voll ok ok ja aber beim Dings von den Zuschauern hier vor mir am Stein vor mir auf 95 ja weil du da nicht so gefokust bist vor mir auf 95 jo hab ich gehört ja ja scheiße scheiße Kilan ja das war gut pass auf ich war ja schon auf dem Weg dahin und dann ist er da gelaufen ich komm da nicht richtig hin ich kann dir scheiße helfen erstens wegen der Sicht zweitens weil ich da oben dann rennen muss umlauf den einfach ein bisschen hab ich auch grad schon überlegt der läuft grad da ist er doch da ist er doch da ist er doch Arschlobe eines Arschlobe ich geh ran ja das sind zwei ne da fehlt noch einer dann ich geh ran ja beide sind dort glaub ich easy chill 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 ggs ja das ist doch richtig ärgerlich ich bin da hingelaufen und auf einmal pickte er da hin sehr schön aber richtig stark gesehen Shira also wirklich ja als sie gesagt hat am Stein erst dann bin ich gecheckt ob das sie dann bei mir meint ja 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 wie gesagt so am Stein und in dem Moment fließt eine Granate vor mir durch aber zu weit ich so ach du scheiße ne